Kennst du schon Seiteneigenschaftenberichte in Confluence und weißt du eigentlich, dass man damit richtig coole Einsatzszenarien realisieren kann? Wenn nicht, dann wird es jetzt absolut Zeit für dich auf unsere Seibert Media Academy zu kommen und dir unseren Kurs Seiteneigenschaftenberichte anzugucken. Du wirst da innerhalb von ungefähr 30 Minuten lernen, was du mit diesem tollen Makro alles anstellen kannst und welche Einsatzszenarien du damit umsetzen kannst. Wir freuen uns auf dich!